Hallo ihr Lieben, die nächsten Videos kommen demnächst irgendwann, ich hoffe noch vor Anfang des nächsten Monats. Ich habe hier gerade ein Problem mit meiner Technik und habe jetzt nur noch mein Linux Notebook. Da ist mit dem Rendern jetzt nicht so großartig zu machen. Das ist ein neuer Rechner, aber wie ihr seht, funktionieren schon einzelne Teile nicht. Und da kommt es jetzt drauf an, wie schnell der Versandhändler die Ersatzzeite schickt oder wie schnell sie überhaupt reagieren. Und ich hoffe, dass es auch an dem Teil, das war die Grafikkarte, ich vermute, dass es auch wirklich daran lag. Na gut, auf jeden Fall, es geht noch weiter, aber ich muss gerade warten, bis die Technik wieder funktioniert. Bis dann.